Der einzige Unterschied zwischen Liebe und Schmerz ist die Schreibweise. Der einzige Unterschied zwischen mir und dir ist... Du bist ne Weibmeise. Ein Zaubertrank wär gut. Wie meinst du? Naja, irgend so ne Art Liebestrank, der dir vortäuscht, dass alle wunderschön wär. Klingt nach einem Fehlertrank. Wir bräuchten einen gefälschten Ausweis für sowas. Tja, kriegst du sowas hin? Wir müssen ihm helfen, bevor ihm ein Pony wächst. Nein, sorry, tut mir leid. Und was hast du gegen Emo-Frisuren? Kann ja sein, dass es nicht jedem steht. Ich hab ne Idee. Man sagt, dass das Gefühl, sich zu verlieben, mit einer lebensbedrohlichen Situation vergleichbar ist. Na und? Hallo, wir verpassen Terry den Adrenalinstoß. Komm, ich brauche deine Hilfe. Ja klar, ich helfe dir. Super. Ich helfe dir zu scheitern. Näh, rette dich. Es gab einen giftigen Chemieunfall. Lauf in den Quarantäneraum. Oh, sie brennt. Hm, das sieht wie Limonade aus. Nein, es ist ein tödlicher Chemie-Cocktail, der deinen Stoffwechsel zerstört. Dein Körper wird verwoppt werden, bis deine Pobacken die Schulterblätter erreich. Ja, Limonade. Garnbold, du bist so ein Hyperander. Nein, der Quarantäneraum ist gleich hier. Los, wir holen Darwin aus dem Quarantäneraum, bevor die Krankenschwester kommt. Komm schon rein, Baby. Dagegen gibt's keine Medizin. Das macht das schon. Was soll das denn? Ich esse so viel ich kann, bevor es wiederkommt. Bevor was wiederkommt? Der Knoten in meinem Bauch. Okay, weißt du was alle Mädchen mögen? Behandelt zu werden, als wären sie alle total gleich und völlig austauschbar? Was? Nein, das hassen sie. Aber sie alle lieben Typen, die keine Angst haben, verletzlich zu sein. Teile deine Geheimnisse, sie wird dich um deiner Fehler willen lieben. Denk nicht, dass sie sich in einen verliebt, der ins Aquarium pinkelt, wenn das Wasser kalt ist. Gut, wie du meinst, war eh nicht mal ne Idee. Es war ihre. Okay, sie möchte, dass ich mich entblöße, also werde ich mich entblößen. Was? Äh, nur verbal. Ich hab ne Kloakke und weiß nicht, was es ist, aber ich hab Angst nachzuschlagen. Ich hatte mal eine Woche ein Stück Fleisch zwischen den Zehen, hab's runtergeschluckt, statt es auszuspucken und es schmeckte nach Zahnpasta. Und wenn ich mich doof fühle, vergesse ich, wie man läuft. Okay, ciao! Was war das denn? Also gut, Plan C. Wir verheiraten die beiden online und hoffen, dass sich Terry in ihn verliebt. Oh, toller Plan. Dankeschön. Ja, wenn C für außerordentlich dämlich steht. C ist ja erst am Ende vom Wort drin, also kann es nicht dafür stehen. Und bei Plan D sind wir noch nicht, also... Ganz ruhig, ja? Warum musstest du mich damit reinziehen? Du weißt doch ganz genau, dass ich da, wenn mag. Es steht mir doch ins Gesicht geschrieben. Dein Gesicht ist ein Punkt und Linien, quasi ein Morse-Code. Und was heißt das eigentlich? Bist du fasziniert, skeptisch, unrecht? Ich bin nur enttäuscht. Oh, nun ja, es tut mir echt leid. Es steht einfach nicht so auf dich. Ich meine, ich bin enttäuscht von mir selbst. Wenn man jemanden mag, sollte man ihm doch helfen, glücklich zu werden. Und nicht seine Chancen ruinieren. Oh, komm her. Außerdem habe ich gelogen. Inwiefern? Ich weiß, wie man einen Liebestrank macht. Ein Teil von ihm, ein Teil von ihr. Und eine allerletzte Zutat. Eine Träne von jemandem, der ihn liebt. Äh, wo kommt denn die Musik her, hä? Naja, so geht es halt ab, wenn man einen Liebestrank anrührt. Na gut, ich tue das für Darwin. Warte, was machst du denn da? Ich dachte, das wäre romantischer, als es ihnen in die Getränke zu tun, wenn sie nicht hinschauen. Ah, ich liebe dich, Jerry! Ich liebe dich auch, Darwin! Ich kann sie immer noch sehen. Oh, hey, Jungs! Hey, Chok, hilf uns! Wir sind so schrumpelig, weil wir zu lange im Pool waren. Hey, Hoxter! Oh, hey, Max! Wir haben die falsche Entscheidung zwischen Spaß und Fledermaus. Bessball-Cap, so sieht's aus. Mein Herz, das schlägt im Maximum. Äh, hallo? Hey, Chok, hörst du mir zu? So schrumpelig waren wir nie zuvor. Ich sag zu mir im Spiegel, Opa, ich liebe dich. Ich habe Max erzählt, du zauberst uns wieder glatt. Aber klar! Okay, ich muss nur deine Hand halten und den Spruch sagen. Konzentration. Freundorium Entschrumpelung. Danke, wieder 100 Jahre jünger. Oh, jetzt ich, komm schon! Nimm meine Hand! Nimm meine Hand, Herr Chok! Oh, was passiert hier? Moment, Magie kann gefährlich sein? Neuer Versuch. Konzentration. Freundorium. Dippet. Dippe. Schrumpel-Dumpi-Wum. Hat's funktioniert? Nein, wieso nicht? Es ging doch eben, wieso nicht bei Max? Ist das nicht ein super duper leichter Zauberspruch? Wieso kannst du den Zauberspruch nicht bei Max anwenden? Wieso ist dein Gesicht schwitzig? Wieso ist dein Pult so hoch? Bist du krank? Äh, ja genau, ich fühle mich nicht so gut. Ich werde mich eine Weile ausruhen. Bis dann! Wollen wir schwimmen gehen? Klar. Okay, Herr Chok, jetzt nicht von Jungs ablenken lassen. Du hast heute deine erste Prüfung. Visualisier das große Ganze. Mein 95-Jahre-Plan wird mich von Max ablenken. 12 Jahre alt, du bekommst deinen Zauberstab. 15 Jahre alt, du wirst eine Hexe. 25 Jahre alt, du kombinierst deinen Wissenschaftsdoktor mit deinem Hexenwissen und erfindest den ersten Karottenpudel-Hybriden der Welt. 38 Jahre alt, du bekommst den Nobelpreis und setzt dich zur Ruhe in deiner toskanischen Villa. Visualisiere den Erfolg und verwirkliche deine Zukunft. Versuch die Entschrumpelung jetzt erneut. Konzentrier dich auf die Pflaume und denk nicht an Max. Freundorium, Ench! Wie eine Fledermaus, Baseballcats, so sieht's aus. Mein Herz, das schlägt im Maximum. Ich bestehe die Prüfung niemals, wenn mein Kopf voller Max-Brei ist. Hey, Hedgehog, wollen wir ein paar Körbe werfen? Ja, genau, Endorphine. Ich sollte Sport treiben. Verknallt halt den Max, ich trainiere dich gleich weg. Oh ja, ich schaff's. In den Korb damit. Kartenwurf. Ich steh bald hier. Und noch ein Korb. Nein, mein Gesicht. Ich bin die Gedanken an Max. Los, danke, Endorphine. Ohren wie eine Fledermaus, Baseballcats, so sieht's aus. Mein Herz, das schlägt im Maximum. Ich mag es gemäßigt, handeln die zu schnell. Doch wenn's um Liebe geht, dann gebe ich mein Max, Max, Maximum. Visualisieren hat nicht geholfen, trainieren hat nicht geholfen. Warte, Arbeit. Ich vergrabe meine Gefühle in Arbeit. Hedgehog. Hey, Barb. Was kann ich für dich tun? Hast du Erfindungen bei den Schelfen, Kamm? Ich arbeite gerade zufällig an etwas. Ich zeig's dir da. Kennst du das, wenn dich der Kellner fragt, wie du dein Ei willst und du weißt nicht, was du sagen sollst, weil du jede Art von Ei isst? Klar. Tja, sieh her, die Option, jede Art von Ei zu bestellen. Jetzt wird's schwierig. Achtung, wie passt alles auf einen Teller? Was, wenn wir so in etwa, ja, und, und dann? Ohren wie ne Fledermaus, Bessballcap, so sieht's aus. Mein Herz, das lebt im Maximum. Max, du bist so süß. Max, du bist so süß. Hedgehog. Du hast Hilfe nötig, Hedgehog. Klassischer Fall von unerfüllter Liebe. Ja, es ist fürchterlich, Barb. Wie soll ich meinen Zauberstab kriegen, wenn ich zu verknallt bin, um mich zu konzentrieren? Was kann ich nur tun, um mich abzulenken? Also, es gibt ein Gegenmittel für Verknalltheit. Es steht hier drin, falls ich von einem hübschen Geist gejagt werde. Ich nenne es die Schwarmgestehung. Das habe ich natürlich erfunden. Versteh ich nicht. Er soll raus aus deinen Gedanken, oder nicht? Oh ja. Tja, wenn du deinem Schwarm die Wahrheit gestehst... Ich mag dich. ...überträgt sich das Schwärmen in deinem Kopf von dir auf ihn. Und er lehnt es entweder ab und die Verknalltheit verschwindet... ...oder er erwidert es. Maximal verknallt. Und die Verknalltheit wird in ihre stabile Form verwandelt, das Paardasein. Dein Schwarm wird deine Gedanken nicht mehr in dieser Form kontrollieren. Und sie sind clothipus und werfen wirklich ab hundredlei. Verknalltheit bei Edgar Sinkauide. ENDE Aber mit dem 정 peine ist die Verknalltheit. Puigus, die informativ werden dir 1958 machen. Die Verknalltheit. Eric Gott alles hat.